Heute gab es so viele gute Nachrichten, dass man sich die Frage stellen muss, ist das nicht zu gut für die FED? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marke Fürster. Ich hatte es in anderen Videos schon mal erwähnt. Es gibt ein Buch des deutschen Generals von Mahnstein, der nach dem Zweiten Weltkrieg ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Verlorene Siege, die deutsche Armee von einem Sieg zum anderen. Aber man hat die strategische Statik der ganzen Kriegsführung damit aufs Spiel gesetzt und das Ganze ist dann zusammengegrabt und vielleicht ist der Sieg der Bullen heute, der ja auf ganzer Linie der Fall war, vielleicht sogar irgendwo ein Pyrussieg, ein Sieg, der letztendlich doch in eine Niederlage mündet, wenn die FED nicht so tut, wie die Märkte eigentlich eingepreist haben, wie die Märkte erwarten. Wir wissen alle, dass heute Nacht die Meldung kam aus China. Ja, man habe ganz tolle Gespräche gehabt. Es waren da bei diesen Gesprächen Nudjin Lighthizer dabei, aber auch China's Notenbank-Chef, Handelsminister Liu He sowieso, also hochrangige Vertreter. Das Erstaunliche dabei ist, dass man sich nicht auf einen Termin hat einigen können und während die Märkte vor kurzem noch davon ausgegangen sind, eigentlich, dass im September, Anfang September man sich zu Gesprächen treffen wird, ist jetzt schon die Verschiebung in den Oktober ohne Termin der Anlass offenkundig für die 8.329. Hoffnungsrallye in Sachen Handelskrieg. Aber wie gesagt, alles sehr unkonkret, alles etwas schwammig. Delegationen wollen vorher erst mal ein bisschen Gespräche führen, um das Ganze vorzubereiten. Mal sehen, was rauskommt. Jedenfalls die asiatischen Märkte natürlich nach oben. Die europäischen Taten ist gleich, aber dann gab es einen kleinen Schocker und der kam mal wieder aus Deutschland. Wir sehen hier die Industrieaufträge, minus 5,6 Prozent zum Vorjahresmonat und das war natürlich schon ein ziemlicher Knaller, zumal auch dann wenig später auch der Construction PMI, also der Einkommensmanager-Index aus dem Baugewerbe aus Deutschland, kam in 46,3 deutlich kontrahierend. Der Immobilienboom in Deutschland scheint jetzt langsam zu Ende zu gehen oder ziemlich rapide zu Ende zu gehen. Das war der größte Rückgang zum Vormonat seit dem Jahr 2014. Die boomende Baubranche, die klagt plötzlich, dass zu wenige öffentliche Aufträge kommen, die Preise fallen, die Nachfrage sinkt. Also das sind jetzt Dinge, die wirklich zu beachten sind. Da ist ein großer, großer Abschwung in Deutschland der Fall. Und die Frage, wo ist das Ende? Das hat die Stimmung heute Vormittag so ein bisschen vermiest, nachdem die Euphorie im asiatischen Handel ja groß war. Aber dann kamen Daten aus den USA. Wir sehen hier den ADP-Arbeitsmarktbericht. 195.000 Stellen, deutlich besser als erwartet. Erwartet waren so 145, 150. Wir sehen, dass nach dem Schock im Mai, wo wir bei 45.000 Stellen nur waren, es konstant nach oben geht. Also der Arbeitsmarkt scheint gut dazustehen. Aber der Arbeitsmarkt ist ein nachlaufender Indikator. Und wie hier Renaissance Macro getwittert hat, in den letzten fünf Jahren war der ADP um durchschnittlich 40.000 Stellen besser, als dann die großen Arbeitsmarktdaten, also die Non-Farm-Payrolls. Da gibt es also gerade im August offenkundig eine starke Abweichung beim ADP nach oben. Zumal, wenn wir uns mal diese Grafik anschauen, die finde ich hochinteressant, das sind die Überstunden, hier der schwarze Chart, die in den USA gearbeitet werden. Und die fallen rapide. Jetzt gibt es hier die Beobachtung von Statistikern, die sagen, die Überstunden, die geleisteten Überstunden, haben einen Vorlauf von drei Monaten zu den Arbeitsmarktdaten. Und wenn dem so wäre, dann werden wir bald sehr schwache Non-Farm-Payrolls auch bekommen. Es ist klar, wenn weniger Überstunden gemacht werden, dann ist das ein Dienst dafür, dass es beim Arbeitsmarkt möglicherweise nicht so brummt, wie man sich das vorgestellt hat. Schauen wir mal weiter in die Dinge, die interessant sind. Ich hatte kürzlich oder gestern genauer gesagt über ETFs gesprochen. Tickende Zeitbombe. Hier wollte ich nochmal zeigen in Anlehnung, in Fortsetzung des gestrigen Videos, die Inflows in ETFs. Wir haben in jedem Quartal in den letzten Jahren deutliche Zuflüsse in ETFs, aber fast überall und immer Abflüsse aus den gemanagten Fonds, also aus aktiven Fonds. Das ist eines der großen Themen. Interessant ist das, was wir derzeit sehen im Value-Growth-Bereich. Value sind ja Aktien, die so ein bisschen fad sind, aber eben gute Dividende abwerfen. Growth sind Wachstumstitel, Amazon und Konsorten. Und wir sehen, dass die Ratio, also das Verhältnis zwischen Value und Growth, offenkundig jetzt über einen Abwärtstrendkanal ausbricht. Das könnte mittelfristig von interessanter Bedeutung sein. Und zeigen wollte ich Ihnen dann noch in Sachen Arbeitsmarkt die FED-T-Geschichte. Ich hatte ja vorhin gesagt, mal gucken wir jetzt morgen die Arbeitsmarktdaten reinkommen. Wir haben jetzt aktuell die Wahrscheinlichkeit für eine 0,25er-Zinssenkung am 18. September, wenn die FED das nächste Mal tagt, bei 95,8% und nur 4,2% für eine 0,5er-Zinssenkung, also für einen großen Zinsschritt. Und das hat heute nochmal neue Nahrung bekommen, dass das wohl nicht so sein wird nach einem Bericht des Wall Street Journal, in dem es heißt, die Idee einer 0,5er-Zinssenkung hat keinen wirklichen Anklang gefunden bei den FED-Mitgliedern und nach den heutigen Daten schon dreimal nicht, kann man vermuten. Jetzt mal abwarten, wie morgen die FED reagieren wird oder wie man dann reagieren wird eben auf die US-Arbeitsmarktdaten. Die andere Notenbank, die EZB, die ist jetzt im Schweigemodus, sogenannte Blackout-Period, vor dem nächsten Donnerstag, immer eine Woche vorher, müssen die Herrschaften den Mund halten, dürfen sich zu geldpolitischen Dingen nicht äußern. Das gilt auch für die FED. Das heißt, die haben jetzt noch knapp eine Woche Zeit, sich dazu zu äußern, auch zu den Arbeitsmarktdaten zu äußern. Das ist ja also jetzt eine kritische Phase. Schauen wir uns die Charts an und gucken, was da los ist, wenn sie denn kommen, die Charts von Capital.com. Wir sehen 26.768 der Dow Jones, diese starke Aufwärtsbewegung heute Nacht. Plumps hat es gemacht und dann der nächste Move nach oben. Aufgrund der starken US-Daten schauen wir uns mal den S&P 500 an, der es jetzt geschafft hat, aus dieser Seitwärtsrange zunächst mal auszubrechen. Aktuell sind wir bei 2.900 unter 74. Was macht denn der Germanski 30, der deutsche Leitindex, mit einem Aufwärtsgap reingekommen heute im asiatischen Händel? Aber dann ist ihm ein bisschen, naja, der Saft ausgegangen. Er hatte dann nicht mehr so richtig Power. Wir sind ja auch schon ganz gut gelaufen und möglicherweise ist der DAX jetzt auch schon mal kurzfristig ein bisschen überkauft nach den jüngsten Rallye-Etappen, die man hier absolviert hat. Und möglicherweise wird die EZB eben nicht so liefern, wie der DAX sich das erwartet. Schauen wir uns den Euro an, der war heute schon bei 1,1080. Dann haben wir die starken Daten aus den USA. Jetzt wieder Dollarstärke, plötzlich 1,1038. Renditen sind heute nach oben gegangen. Die 30-jährige Deutsche Staatsanleihe ist das erste Mal seit einer Woche wieder positiv rentierend. Wir haben dann Gold, das auf die Mütze gekriegt hat. Hier mit einem teilweise deutlichen Abverkauf sogar in Richtung 1505 Dollar. Und wir haben Crude Oil, das weiter steigen kann auf 57,11 Dollar. Also Arbeitsmarktdaten morgen sehr, sehr wichtig. Möglicherweise ist das, was am amerikanischen Arbeitsmarkt passiert, so ein bisschen nachlaufend. Wir haben Schwäche bereits im Industriesektor in den USA, wie überall auf der Welt. Die Dienstleistung hält sich noch besser, wie auch in China, wie auch in Deutschland, wie auch in Europa. Also das ist das musterschwache Industrie. Dann eine bessere Dienstleistung. Das ist aber ein Muster, das eben so ist, dass die Industrie früh indikatorisch ist und die Dienstleister spät indikatorisch. Der Konsum braucht ein bisschen, bis er reagiert auf möglicherweise Stellenkürzungen bei Unternehmen. Das dauert ein bisschen, bis die Leute dann wirklich das Vertrauen so ein bisschen verlieren. Das zeichnet sich auch in den USA derzeit ab. Aber wir schauen am Ende, sehen wir schon weiter, wie einst der Papst formulierte. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.